Ping-Bong, der Eiermann ist da! Okay. Hey ihr alle zusammen, mein Name ist Jaita und herzlich willkommen zurück zu Five Neighbors at Freddy's Alpha Breach. Bitte was? Da die letzte Folge bei euch ganz gut angekommen ist, hab ich mir gedacht, mach ich doch einfach noch eine? Von diesem sehr übelst äußerst ernst gemeinten sogenannten Let's Play von diesem Spiel. Oh nein, die Musik! Oh nein, ich will nicht. Wäre ich doch nur in der Lage etwas ähnliches wie eine Leiter hochzuklettern. Ich hab ein sehr böses Déjà-vu gerade. Ja, ja, ich weiß. Oh ja, können wir das tun? Und ja, wir können die ganze Nacht lang wachbleiben und physisch verstritten, bis unsere Katze explodieren. Stop it. Ich habe keinen Spaß, ich mache alles unordentlich, denn du bist ganz, ganz böse und musst jetzt alles aufräumen. Geh zum Help. Ja, ist das, ja? Was willst du machen, hä? Was willst du dagegen tun? Dein Maul-Spiel. Oh, da bin ich. Oh, jetzt hast du mich nicht mehr. Why are you bullying me? Dieses Foto auf diesem Schreibtisch, Alter. Never stop smiling. Berühmte letzte Worte. Ich weiß, du hast mich ganz viel gewahrt. Es tut mir ja auch leid. Volle Krise. Bitte beruhig dich und hab deinen Anfall woanders. Okay, Junge. Soll ich den Twitter-User-Witz nochmal bringen oder kann ich mir den nochmal sparen, ne? Oh, guck mal, die Kabel leuchten im Dunkeln, ne? Die powern sich selbst. But children must be punished. Ja, die müssen bestraft werden. Ganz, ganz böse Kinder. Finde ich klasse, ja. Hör auf zu lachen. Ich bin der Einzige, der lacht. Ich bin der Einzige, der knackt. Knack, knackt. Nee, keiner da. Wer schreit jetzt? Du, ich spiel lieber mit den anderen Animatronics. Dich mag ich nicht so. Der schwimmt da in der Luft, Alter. Was macht der? Hier, mach mal sauber. Ja, räum mal auf. Ja, clean up, clean up. Ganz genau. Ja, 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 ja. Du Arschloch. Nee, das ist gar nicht das Letzte. Sorry. Ich hab's gedacht. Ich hab dich nur verarscht. Ich weiß, dass das nicht das Letzte war. Welches hab ich denn noch nicht? Boah, ich locke ihn direkt zu mir. Das ist auch richtig schlau, ne? Das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist kinderleicht. Wo ist denn grün? Grün! 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 Ja, Licht an! Er hat sich ja gelohnt. Ha! Jetzt kommt der Security-Alert. Regelbrecher, Regelbrecher! Ich weiß. Security-Alert! Security-Alert! Wuhu! 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 Ach, du bist ja hier. Richtig pünktlich. Haha, danke, dass du zufällig vorbei... Hahahaha, alter! Chica, Chica, ruhig... Beruhig dich, Chica. Ist alles gut. Ist alles okay. Hast du Umarmung? Ist die da in Ordnung? Ja? Epileptische Anfälle können schlimm sein. Alles gut. In deinem Kopf sieht doch noch alles okay aus. Deine Familie ist für dich. Ich weiß. Wir sind ja hier. Wir sind deine Familie, ja? Geh wieder schlafen. Bisschen Pizza essen oder so vielleicht auch, hm? Therapiestunde für Chica schon mal erledigt. Na? Ich warte, dass du nicht mehr haben. Sommer! Du bist heute Morgen wieder mit der richtigen guten Laune aufgestanden, ne? Oder heute Nacht. Das ist irgendwie 1 Uhr nachts oder so. Keine Ahnung. Aber, ne? Guck mich an, wenn ich mit dir rede. So meinte ich das nicht. Ja, dagegen lässt sie nichts sagen, ja. Merchandise! Guck keiner, ne? Gregory, wo geht's? Gregory, wo willst du hin? Dann lass sie doch nicht raus. Modernen Probleme brauchen modernen Lösungen. Ich verstehe irgendwie nicht, warum Freddy nicht mal versucht, mit seinen ach so lieben Freunden zu reden, ne? Wenn er seine Freunde so lieb hat, ne? Red doch mal mit ihr. Die ist doch hier. Nein. Nein, ich glaube nicht, ich werde. Wein dich aus. Freddy ist hier. Die nehmen das halt so hin, dass die jetzt halt hier auf Jagd sind. Ich finde das so komisch. Ja, die Zeit. Hey, Monty. Dein Maul. Oh nein, da kommt sie. Die große Gefahr des Spiels. Der große Antagonist. Noch nie da gewesen. Unglaublich tiefer Charakter. So unglaublich. So unfassbar. Venni. Oh, sehe ich schon weg. Tja. Was war das? Das ist ein Fountain. Ein Fountain ist ein Fountain. Ein Fountain ist ein dekorativer Reservoir, die benutzt für Discharging... Halt deinen Maul. Halt deinen Maul. Da hast du recht. Freddy hat halt schon einen guten Ansatz, ne? Vielleicht wollen sie dir ja auch nur helfen. Ach, was? Aber das können sie leider nicht momentan, weil gewisse Kaninchen-Damen dazwischen funken, ne? Däger, was? Warum bist du schmutzig? Was ist denn mit dir passiert? Das hätt mir gar... Hä? Warst du es eben gerade auch schon? Nein. Bro, was hat dir diese Kapsel angetan? Ich glaube, der Aufladeprozess ging so ein bisschen nach hinten los. Kann das sein? Mach doch mal die Klappe zu! Ah ja, please take a map. Die sind ganz nett, die Leute, ja? Und auch die... Was? Was? Okay, die Line war neu. Die Line war neu. Jamska... Jamska? Jamska! Geh die die Fass-Map. Geh die Fass-Map. Nimm dir deine Fass-Map und schieb sie dir quer in deinen Fass-Arm. Uiuiuiuiuiui Ah die Karte ist noch immer echt... Scheiße! A mit Q. Huch? Gregory! Bäh! Freddy! Durch welche Dimensionen reichst du bitte gerade um zu mir zu kommen? Du musst doch nur 5 Schritte voraus gehen. Huch! Wo kommst du denn jetzt her? Du standst da drüben im Fahrstuhl. Ich rufe dich und dann machst du ne komplette Weltreise oder was? Alter! Ach ja genau. Also entweder gehen wir da hinten jetzt den Luftstach runter. In die unteren Katakomben. Oder da oben durch L-Chips durch. Ich glaube in meinem ersten Play-Thru bin ich durch L-Chips gegangen. Jetzt würde ich mal hier durch gehen und... Alter Schwede! Mehr übertreiben wollt ihr auch nicht, ne? Ah! 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 Du Hühnchen! Blöd! Bist du fett für den Schacht! Ich sag ja, zu viel Müll, ne? Der macht dick! Es sind 5 Minuten vergangen und ihr seht aus, als ihr durch den Müllschach geklettert. Gregory! Du musst dich sass sein! Sass! Ach du Scheiße! Oh Gott, ich hab dich ja vollkommen vergessen, du laufender Toaster! Hoi, 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 hoi! Hab Spaß! Uff! Mir fällt grad erst auf, dass sie sich auf diesem Bild die Hand abgesäbelt hat. WTF? Das geht doch nicht! Ich liebe diese Ironie! Dieses Bild von dem äußerst beliebten Funtime Freddy! Überm Klo! Alter! WTF? Oh, danke! Cool! Hab ich mich gefreut! Ich bin gleich ganz bei dir, okay? Ich muss nur kurz was trinken! Bin gleich für dich da! Warte mal einen Moment! Alright, dann! Staff only! So trägt nur für Personal! Ja! So ist brav, liebes Hühnchen! Ah! Also du musst selbst zugeben, das war ein bisschen fies! Ciao! Ich sag dir Ciao! Was zum... Hey Chica, ist das alles gut, ja? Ich weiß! Du willst mir nur helfen und so! Das ist ja auch okay! Also beruhig dich! Setz dich hin! Nimm dir ein Stück Pizza! Es gibt bestimmt noch was! Ich bin keine, by the way! Und red mal ein bisschen mit Freddy, ja? Über deine Probleme! Über deinen gewissen Zustand! Dann kriegen wir das alles wieder hin, ja? Bist du wie das freundliche, niedliche, pizza liebende Hühnchen! Nicht wahr? Thema Pizza! Ich find das lustig! Irgendwie! Ich find's auch interessant! Dass diese Liebe nach Pizza immer noch stärker ist, als der Hack von Vanny! Soße! 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 Yum! Cheese! Yum! Yum! Cheese! Boah, Alter! Ich würd den auch überall hin folgen! Ja! Ich geb zu! Chica hat so das Creepigste an sich! Die ist mit die niedlichste, aber auch die gruseligste zugleich! Chica! Alles wird gut! Therapie beginnt jetzt! Bisschen Pizza für dich! Das tut dir gut! Ui! Uuuh! Komm in meine Arme! Zack! Fünf Sterne auf Crosspilot! Würde ich wieder machen! Fünf Sterne! Ja, ich glaub die Umarmung für Chica hat geholfen, ne? Halt auf zu laut zu reden! Halt auf zu laut zu reden! Nicht hier! Die kommt dir niemals hinter! Was hat sie jetzt gemacht? War das ein Paarungsruf? Freddy! Haha! Ist nichts weitergegangen? Ach so, das sollte... Ah! Mach mal, wie oft wollt ihr eigentlich diesen Scare-Soundpunkt MP3 noch verwenden, ne? Exit to Atrium! Oh! Oh! Nein! Nein! Ich will keine Karte! Ach hallo Vanessa! Ja, dich gibt's ja auch noch! Hab ich total vergessen! Du weißt irgendwie nicht, wie mein Kameras hält, oder? Hast du noch Spaß gemacht? Haha! Nein! Oh nein! Sie kommt! Venni kommt! Haha! Oh nein! Na? Du machst meine Sicht ein bisschen kaputt! Ja, du winkst schön! Hi! Und tschüss! Ciao! Sie wird kommen! Der Charakter! So much lower! So viel Tiefe! Der Charakter! Es ist so krass! Oh mein Gott! Junge, geht's? Ist sie irgendwie mehrfach auf der Map? Oder warum hat sie tausend Untertitel? Macht die irgendwas? Haha! Okay! Ja! Ah! Oh Gott! Der Klopfler! Ah! Ah! Ciao! Bye! Have a great day! What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Willkommen zum Mega-Pizzaplex! Was geht denn jetzt ab? Hey! Ich bin Freddy! Ja! Sollte das schon früher spielen? Oder? Das hat grad irgendwie überhaupt nicht zur Szene gepasst! Schau doch gerne noch den ersten Part an, den wir bereits gespielt haben! Der war auch extremst funny! Und lass doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Sachen mehr zu verpassen, wie zum Beispiel das Ruin DLC, was dir dann bald kommen wird! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Ciao, ciao!